Der Buckingham Palace hat am Sonntag das Foto für die erste Weihnachtskarte von König Charles als Monarch veröffentlicht. Es zeigt den 74-Jährigen im September, damals noch Thronfolger, zusammen mit seiner Frau Camilla bei den Primer Games in Schottland. Das Foto, das in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde, zeigt den Monarchen im Tweed-Jacket mit bunt gestreifter Krawatte. Seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla, die ein grünes Kostüm und einen passenden Hut mit einem Fasanenmotiv trägt, schaut ihn strahlend an. Das Primer Gathering ist ein Fest traditioneller schottischer Spiele, Sportarten und Tänze in Primer, einem Dorf etwa 100 Kilometer westlich von Abberden, das an die Sommerresidenz des Königs Belmoral angrenzt. Das von Charles und Camilla ausgewählte Foto wurde am 3. September aufgenommen, kurz bevor er den Thron bestieg. Königin Elisabeth II., die in diesem Jahr zum ersten Mal in ihrer 70-jährigen Regentschaft das Ereignis verpasste, starb wenige Tage später. Sie wurde 96 Jahre alt. Ein britischer Experte hat König Charles III. derweil einen hervorragenden Start ins neue Amt attestiert. Seine ersten 100 Tage hätten nicht besser laufen können, so Craig Prescott von der Universität Bengal.